Weil das ist halt das Schwierigste, ne? Oder wo geht das denn hier hin? Da. Was ist das denn? Okay, da muss ich drüber springen. Das muss aber einer auch einem sagen, ne? Äh. Okay. Fick das hier schon wieder an. Dann machen wir hier den hier. So. Los, los, los. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Nosen. Scheiße, das kriege ich jetzt schon wieder nicht hin. Jetzt bin ich drüber gesprungen. Das ist so dumm. So, nochmal. Nochmal. Steig ab. Horst. Nein. Das ist... Was kannst du überhaupt? Ja, direkt. Nochmal neu, nochmal neu, nochmal neu. Das hast du noch nie vorher getan. Kamera, Kamera. Da, da, da. Du bist... Der Wahnsinn, Mike. Da hatte das schon mal jemand gesagt, du bist echt der Wahnsinn. Ist mir zu wenig Zeit. Ich brauche die ganzen vollen zwei Minuten für die Scheiße. Lass das los. Lass das zu. Mike. Bist du besoffen oder was? Kannst du nicht geradeaus... Nee, du kannst nicht geradeaus laufen. Warum kriegst du das denn nicht geschissen, du dummer Spacko? Wissen sie was? So. Kannst mich mal. Super schön. Leider nicht wieder so eine riesige Blutspur. Schade eigentlich. Dieses... Steuerung, ne? Gut, dann machst du das halt erst in die Richtung. Ist auch okay. Da war es eine schöne Blutspur. Ist wunderschön. Das muss man hier noch nicht mal anstellen. Ich glaube, bei einer deutschen Version muss man es anstellen. Ich habe drei gedrückt, du dummer Huso. Wo sind die anderen? Dann... Da. Oh oh. Ah, super. Nein! Scheiße, da muss ich ja... Uh, 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 ganz vergessen. Falsche Richtung. Oh, steh auf, steh auf, steh auf. Nein, 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 nein. Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ey, ich mache dieses eine Ziel noch und dann ist es erstmal wieder gut. Mann! So. Bevor ich es vergesse... Weil die hängen da ja alle auf einem Knüppel. So. Jetzt fängt das wunderschöne Gehuste wieder an. Da kommen wir so nicht hin. So. Hätten wir das. So, da habe ich noch diesen einen Step-Punkt da gesehen. Das ist schon okay, das ist okay. Gut. Ah. Versuche ich mich mal hier gerade noch an dem Highscore. Ah ne, der hat noch... Ein bisschen hat noch gefehlt, aber okay. Gut. Den Sixscore machen wir jetzt auch noch. Das sollte ja nicht so das Problem sein. Wo machen wir das dann hin? Auf Spin? Obwohl, der dreht sich eigentlich schon ziemlich schnell. Was ist das? Achso, das ist Speed. Hätte ich vielleicht auch mal nehmen sollen. Man sollte vielleicht erst mal alles lesen. Yes, I want to save it. Dann machen wir das noch fertig. Dann gucke ich, ob ich hier alle Punkte habe. Alles Dead-Punkte. Und dann holen wir noch das Tape in Minneapolis. Ich finde, da fehlt irgendwie immer eine... In meinem Kopf fehlt da immer eine Silbe. Ich weiß aber nicht, wo... Also Minneapolis, so müsste es eigentlich lauten. Achso, ich wollte die Punkte holen. Genau. Das eignet sich eigentlich immer so am besten dafür. Oh, Gott. So. So, wunderschön. Und die Glocken fangen natürlich an zu läuten. Kann ich das jetzt eigentlich hier... And run. Ja, das geht. Ah, da... Da habe ich noch einen den Dead-Punkt gesehen, du. Haha. Der war doch hier hinten irgendwo. Da habe ich den doch eben flunkern sehen, da. Der Kopf, der macht mich kirin, ne? So, and run. Ja, und dann setzen wir den auch noch in Speed rein. Und dann sollten wir eigentlich darüber kommen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es hier nicht steht, wie viele Punkte man hat. Und wie viele Gaps und so. Ähm, dann gehen wir mal auf Change Area, genau. So. Minneapolis haben wir fünf Dead-Punkte. Gehen wir da erstmal rein. Gucken, ob wir da noch, äh, Punkte, äh, Punkte haben wir hier, keine mehr. Aber wenn wir hier durch sind, gucke ich bei Santa Cruz, ob wir da noch Punkte offen haben. Und dann holen wir da noch den Rest, falls überhaupt nötig. So, ich hoffe mal, dass das jetzt hier direkt... Wäre schön, wenn es auf Anhieb direkt funktionieren würde. Aber das ist natürlich Wunschdenken. Ah, das sieht doch schon gut aus. Yay! Gut. Dann machen wir and run. Haben wir fertig. So, und dann Change Area. Und... In Santa Cruz haben wir vier von fünf Stats. Dann gehen wir da doch nochmal hin. Da ist bestimmt hinten bei diesem, genau, bei dem Pier-Teil, da ist bestimmt noch irgendwo einer versteckt. Da habe ich mich auch, glaube ich, nie drauf rumgetrieben, da oben irgendwie. Bäh. 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 Das Blöde ist, die fangen... Ach, guck mal, da unten. Das Blöde ist halt, die fangen halt erst nach einer Zeit an, sich zu drehen. Also, die kann man von der Entfernung aus schlecht sehen. Oh, das war natürlich jetzt gut. Wie komme ich denn da hin? Knapp. Knapp war es. Vielleicht einfach mal so. Yay! Aha! Ja gut. Dann hätten wir hier auch alle Stat-Punkte. Machen wir hier einmal and run. Äh, den Punkt vergeben wir auf Rail. Ja. Und dann... ...saben wir einmal. Und dann wären wir für die ersten beiden Level auch schon durch. Das ist doch schön. So. Gut. Ähm, dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat. War zwar etwas kurz, aber ich musste sowieso gucken, ob das überhaupt hier alles funktioniert mit der Aufnahme. Ich hoffe es mal. Ähm, ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!